Da kommt das nächste Flugzeug. Der fliegt wieder direkt auf uns zu. 60 Grad. Na, wir können. Der Job vor unserer Fresse. Was, hier bei uns? Ja. Freie Fläche. Da hinten. Ist nicht weit weg von mir. Ja, ich bin schnuckenweg. Sehen. Weite freie Fläche, Alter. Warte erst mal kurz ab. Oben läuft schon einer. Oben auf dem Berg. Auf Osten. Über den Drop. Okay, na mal gucken. Vielleicht werde ich da ran. Ich habe das mein Vierfache erstmal ran geschmissen an Nid. Zweiter Spieler auf Osten. Er läuft runter. Den Typen sehe ich, der da gerade runterläuft. An einer hinten bei den Häusern, die weiter links sind, auf 60, 75. Ja. Er ist dran, ne? Ich kann ihn nicht mehr beschießen. Ich sehe ihn nicht mehr. Ne, ich komme auch nicht an ihn ran. Er ist auch dahinter. MK14. Hat er auf dich geschossen? Ja. Er hat mich instant gesehen. Headshot. Immer noch am Leben, Alter. Würdest du mich verarschen? Er ist hartnäckig. Hm. Hoffentlich ist jetzt hier keiner. Ja. Ja. Zweiten Spieler sehe ich. Der ist tot. War das mit dem Mann an der Kiste? Der ist tot, der Gummilicht. Okay. Gut. Guck mal, die MK14, ne? Ich habe da noch nie mitgeschossen mit dem Teil. Ich versuche zu coveren, irgendwie. Ähm, 100 Schuss weg. Ich habe doch noch einen Großer hier, ne? Okay. Warte mal halt, ne? Ach nee. MK14 war echt großer Willig jetzt nicht. Ich sehe einen zweiten Spieler laufen auf 30 Grad hinten auf der freien Fläche. Hinter dem Heuballen ist der gerade gelaufen. Okay. Jetzt ist es direkt 30 Grad. Okay. Er läuft weiter Richtung Straße. Hit. Läuft wieder zurück Richtung Nordosten. Richtung Wasser. Ja, hier war noch, hier war noch wieder eine Großer drinne. Okay. Da kommt der nächste Flieger wieder direkt auf uns zu. Wieder vor unserer Fresse. Gleich zwei nebeneinander. Verpiss dich, Alter. Ich werde beschossen. Von wo? Ich weiß es nicht. Links schlagen bei dir die Schüsse ein. Ich sehe ihn aber auch nicht. Ich sehe keinen. What the fuck? Ich höre nichts. Ich höre keinen Schuss. Von links. Freie Fläche hier, irgendwo Nordwesten. Ja, ich muss mir jetzt mal heilen. Ja, zwei Leute sehe ich. Ja, der irgendwie ein VSS oder so ein Scheiß hat der geschossen. Wollen wir gerade ein weiterer Magazin raus, die Leiche rausholen. Oh. Die laufen Richtung Straße. Wow. What the fuck? Von wo kam der Schuss gerade? Hinten im Wald sind es irgendwelche. Die auf dich schießen oder was? Ja. Die anderen sind beide auf... Oh, der ist auch weit weg, Alter. Nordwesten 300. Der Typ ist aber weit weg. Schon wieder getroffen, Alter. Instant. Von den Steinungen vor da drüben. Ja. Oh, von hinten schießt der Scheide, der VK auf mich. Eindlich hat der keiner eben. Der ist auf dem Dach. Auf welchem Dach? Das linke Haus. Ja. Ja, ich bin ausgenockt. Kannst du kommen? Ja, ich komme. Ich habe den nicht gesehen. Aber er hat dich. Ja, ja. Er hat mich instant gesehen. Ich habe keinen Helm mehr. Schießt auf dich, aber hat dich gesehen. Er hat dich gesehen, aber trifft mich instant, ja? Ach, hier unten auf den kleinen Scheiß da. Genau, siehst du ihn? Siehst du ihn? Ja, jetzt da. Ich habe auf die anderen gescoped da oben. Pass auf, er piekt hier hoch. Er hat daneben geschossen. Oh, da kommt noch welcher aus Südosten. Müssen gleich runter. No. Er schießt schon wieder, ich sehe ihn nicht. Oh, er hat mich wieder getroffen, Alter. Bist du mich verarschen? Da ist er. Kann mir gleich wieder einen Koffer geben, Alter. Er ist gehittet. Er muss aber rauskommen. Gucken, ob er links oder rechts lang läuft. Hast du einen noch Koffer gesammelt? Ach, da bist du schon. Ich bin schon hier unten, ja. Okay, der Buggy ist im Arsch. Da läuft er. Kommt er? Ja. Habe ihn ausgenockt. Oh, so, wer ist da hier oben? Ja, ich habe es gehört. Zwei Leute, einer am Stein. Zwei Markz, äh. Laufen rechts runter. Ich kann ihn nicht beschießen. Ich auch nicht. Nein, ich muss runterlaufen. Nein, ich habe einen Kill. Der ausgenockt ist tot. Hat er auf dich geschossen gerade? Ne, der kann mich gar nicht sehen. Die werden beschossen. So eine scheiß Dreckposition, ja. Vor uns wird's, gell? Am Baum, vor uns, am Baum, vor uns. Direkt am Baum vor uns. Nate ist raus. Nate ist raus. Weg, weg, weg. Oh, da ist der Nächste. Ich habe drei Kills. Tot. Warte, da war noch ein MK4 irgendwo. Oh. Fahne. Okay, ich bin geheilt. Weg hier. Ja, ja, wir müssen hier runter. Die Senke. Boah, will der mich verarschen, Alter? Kann er mir doch nicht erzählen. Können wir den Sekt langlaufen? Wo ist der genau? Am Baum, oder was? Weiß ich nicht. Ich habe mal erst... Einen habe ich auf der freien Fläche gesehen. Und einer bei der Scheune. Können hier langlaufen, Wesker. Komm. Oh, hier ist ein Stein. Der ist gut. Ich komme hier mal in den Boost rein. Was? Was? Die Zone kommt. Einer noch. Der ist auf Nordosten. Ich sehe ihn. Ich habe ihn. Okay. Vier Kills. Drei Kills. Drei Kills.